Jetzt gib uns die Information, wegen der wir hier sind, Tony. Und es werden nur ein paar Leute verletzt. Einen Dreck bekommt ihr. Oh Mann, dein Auge ist so eine richtig schöne Zierscheibe, Tony. Dann drück doch ab, du Beulenschwein. Vielleicht mach ich das auch. Leute, jetzt beruhigt euch doch mal. Dich knall ich zuerst. Einverstanden. Wow, wow, hört mal. Ich glaub, wir haben uns hier einfach alle auf dem falschen Fuß erwischt. Mann, ey, Leute, heute ist Weihnachten. Das Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Und ihr steht hier bis an die Zähne bewaffnet. Das ist unfassbar. Ihr solltet bei euren Familien sein und einander helfen, anstatt euch hier mit irgendwelchen Waffen zu bedrohen. Liebe deinen Nächsten heißt es doch in der Bibel. Oder irgendwie so. Du sollst nicht nackgierig sein, noch Zorn halten gegen die Kinder deines Volkes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Drittes Buch, Mose. Äh, ja genau. Also runter mit den Waffen, Leute. Denn eins garantier ich euch. Wenn ihr jetzt in diesem Boot... Oh mein Gott, was ist das denn? Weg hier. Zeit zu verduften. Oh, oh, Sche... Alter Schwede. Das war ja der Hammer. Los, weg hier. Los, weg hier.